So, diese Übung zum Progressive ist einerseits recht komplex, weil man viele Aspekte beachten muss, aber andererseits haben sie genau deshalb jetzt einige Optionen mit Trial and Error ein gutes Gefühl für viele Facetten der Korpus-Linguistik zu entwickeln. Kurz, das hier ist eine Übung im Korpus-Linguistischen Denken und technischen Austesten der CQP-Möglichkeiten mit einer Konstruktion, die Ihnen allen bekannt sein sollte. In seiner einfachsten Form besteht das Progressive im Englischen aus einer Kombination des Lämmers be und der ing-Form eines Verbs. Beginnen wir mit einer besonders groben Suche, gefolgt von einem Wort, das auf ing endet, also Klammer auf, word ist gleich irgendein Zeichen, null oder mehrmals wiederholt, ing, Prozent C, Klammer zu. Gehen wir die Liste durch, dann sehen wir, dass wir die Konstruktion offenbar ganz gut getroffen haben. Es gibt Progressives im Präsens, im Past, im Infinitiv oder in Kombination mit anderen periphrastischen Konstruktionen, wie hier Present Perfect oder Passiv und so weiter. Zwar kann man das jetzt nicht ganz so gut erkennen, aber weiter unten werden auch Belege wie It was mid-morning oder There is nothing as far as art oder This was interesting gefunden. Das sind natürlich keine Progressives, aber es sind Treffer, in denen die ing-Form vorkommt, obwohl sie nominale oder adjektivische Funktionen hat. Natürlich könnte man das Problem lösen, wenn man im zweiten Slot eine weitere Bedingung hinzufügt und sagt, dass man an dieser Stelle nur ing-Formen haben möchte, die auch Verben sind. Also könnten wir den Slot auf class ist gleich verb einschränken. Das löst zwar einige dieser Probleme, allerdings werden dann ein paar Beispiele ignoriert, wie you're worrying about being a minute late oder I'm starving. Das liegt daran, dass in diesen Fällen die ing-Form als Adjektiv getaggt ist. Warum ist das so? Solche Strukturen sind ambig und Tagger sind notorisch schlecht darin, diese Ambiguität auseinanderzuhalten, also erkennen zu können, ob es ein Progressive ist oder ob es sich bei der ing-Form um ein Subjektkomplement handelt, wie bei The rest is confusing. Dieses Tagging-Problem gilt übrigens frustrierend oft und nicht nur beim Progressive und Verben und Adjektive sind davon am häufigsten betroffen. An solchen Punkten müssen sie also immer irgendwie eine sinnvolle Entscheidung treffen. Mein erster Tipp wäre, im Zweifelsfall eher die gröbere Abfrage zu wählen, die zwar eine geringere Präzision, dafür aber einen höheren Recall hat. Etwas einfacher ist die folgende Aufgabe. Angenommen, Sie wollten nicht alle Typen des Progressive untersuchen, sondern nur die einfache Variante im Präsenz oder Past Tens. Sie wollen also Varianten wie das Passiv oder das Progressive im Present Perfect ausschließen. Also suchen Sie nur nach Vorkommen, in denen im ersten Slot die Form am, are, is, was oder were stehen. Wie gehen Sie vor? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die Form, auf die Sie eingrenzen wollen, können Sie als zusätzliche Bedingung im ersten Slot formulieren. Also diesen Slot modifizieren wir als headword ist gleich be, das bleibt so, und word ist gleich, Klammer auf, am, pipe, are, pipe, is, pipe, was, pipe, were, Klammer zu. Wenn Sie jetzt hier die Ergebnisliste durchgehen, was fällt auf? Das ist zugegebenermaßen sehr schwer zu sehen, aber wir haben offenbar keine Belege gefunden, die kontrahierte Form enthalten. Also Sie finden keine Beispiele wie I'm reading, she's playing, he's laughing. Also müssen wir die auch noch hinzufügen. Die zweite Möglichkeit ist, nach dem POS-Tag einzugrenzen. Die Formen von B, um die es uns hier geht, haben die Tags VBB für Present Tense, VBD für Past Tense und VBZ für die S-Formen von B. Die anderen Tags für das Lemma B, nämlich VBG, VBI und VBN, stehen jeweils für being, be oder bin. Also kann ich modifizieren, headword gleich B, das bleibt ja, und POS ist gleich, Klammer auf, VBB, pipe, VBD, pipe, VBZ. Der Rest bleibt natürlich auch. Und dann finde ich hier auch kontrahierte Formen. Die dritte Möglichkeit ist, etwas auszuschließen, was ich nicht haben will. Dafür lernen wir jetzt den Nicht-Operator kennen. Der besteht aus einem Ausrufezeichen und einem Gleichzeichen. Ausschließen funktioniert so. Ich will für den ersten Slot ja ausschließen, dass die Wortformen be, being oder bin gefunden werden. Also kann ich das so modifizieren. Auch hier bleibt headword gleich be und dann kommt und word ist nicht gleich, Klammer auf, be, pipe, being, pipe, bin, Klammer zu. Der Rest bleibt ja auch. Jetzt haben wir fast das gleiche Ergebnis wie oben, nur eben quasi von der anderen Seite ausgefunden. Das schließt zwar nicht aus, wie hier an dieser Stelle, dass man immer noch einzelne falsche Treffer wegen falscher Tags findet, aber das lässt sich auch nie ganz reduzieren und muss auch nicht unbedingt das Ziel sein. Solche seltenen und unsystematischen Fehltreffer sortiert man ohnehin besser später aus. Die Möglichkeit, etwas auszuschließen, kann also sehr hilfreich sein, wenn man sich einem Ergebnis nähern möchte, besonders bei sehr schwierigen und komplexen Konstruktionen oder bei systematischen Dingen, die man nicht haben möchte. Wer sich übrigens gefragt hat, warum hier %c steht, naja, stünde es nicht, würden wir natürlich Treffer finden, in denen be, being oder bin einen oder mehreren Großbuchstaben enthalten. Am wichtigsten ist der %c-Operator also, wenn wir in der Word-Spalte suchen. Und wichtig ist auch zu wissen, dass sich %c immer nur auf den Wert bezieht, hinter dem er steht. Das heißt, hier bezieht sich %c auf den Wert, den CQP in der Word-Spalte suchen soll. Zur Übung können Sie das jetzt mal selbst ausprobieren und die Ergebnisse inspizieren. Wer möchte, kann auch Progressive-Vorkommen suchen, die zwischen B und dem Ing-Verb noch optionale Adverbien stehen haben oder wie viele da maximal stehen. Wer andererseits dann noch Lust hat, kann natürlich auch versuchen, zum Beispiel nur die Present Perfect Progressive-Formen zu finden.